...gemacht, weil ich ja angeblich zu verklemmt war. Da hab ich geweint und ich hab dich gehasst. Und als mich dieser Schleimscheiße dann angemacht hat, da war ich einfach zu fertig, um ihn abzuweisen. Es war keine Vergewaltigung, weil ich sagte, okay. Aber es war nah dran. Ich hatte bis nach der Uni kein einziges Mal Sex, was mir so zuwider war. Und gerade dann sollte man Sex haben, Tom. Untertitelung. BR 2018 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 Musik